gut mal schauen was das jetzt auf uns zukommt ich werde bestimmt wieder oft sterben aber was soll's kein normaler mensch würde freiwillig dieses tor öffnen hallo gibt es hier noch ein hebel oder wieso ging jetzt nur die tür auf da sind ja noch genug leute in den zellen ich würde sagen wir nehmen jetzt mal einen anderen weg nur darin waren wir dieser ist ja verschlossen ja die frage ist von wo sind wir jetzt hier gekommen ja hier waren wir auch ich gehe jetzt mal hier hoch da gab es ja auch nur eine treppe die hochgegangen ist glaube ich oder irre ich mich nein hier gab es keine das war dann in dem anderen weg und da gehen wir jetzt auch mal nach oben und schauen wo wir daraus kommen da ist diese level groß okay hier geht es wohl auch noch weiter das ging schnell hauptsache jetzt wird man wieder das ganze zu lang komm 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 Nein, nimm wieder, komm ja alter Sack, komm zu Papa, so, du bist fällig, ich geh glaub ich mal hier an den Hebel, das ist kein Hebel, ok, ich hab hier wieder nur eine Audio Notiz Natürlich ist es gut, wenn das Böse aus einem Menschen ausgetrieben wird, das Böse ist fort, doch was von dem Menschen bleibt, ist anders, wir müssen genau hier sehen, da ich persönlich weiß nicht, wie diese Menschen zu behalten sie scheinen sich normal zu verhalten, sie gehen, sprechen, scheinen aber auf irgendeine Art unwirklich zu sein So, du bist tot alter Und ich renne mal lieber, weil ich glaub das ist ne Granat, nein das war ne Falle So, da hinten haben wir nen Speicherpunkt, ich geh aber erstmal die ganzen Sachen einsammeln Ich höre den unten schon rumrennen mit der Kette Und ich hab jetzt schon keine Lust mehr da runter zu gehen So, wir Gehen auch mal oben lang Oh Wir gehen hier hin, drücken i So, die ganzen Erfahrungspunkte, gehen wir mal alle auf Ähm, F So Danach speichern Ich geh erstmal gucken, ob wir noch was im Inventar haben Nein, haben wir keine So, wir gehen hier hoch Alter Blöde Kröte So, was haben wir da Attributpunkt Splitter Das ist ja schon mal was Gutes Ich guck jetzt erstmal, was wir da noch bekommen haben Alter, nein Die aktuell hat 1,7 Kilo Das hat 4 Kilo Die Rüstung ist gleich Die Balance Nicht so gut Ich würde sagen Wir nehmen jetzt mal hier Diesen Splitter Und wir setzen den auf Gesundheit Würde ich erstmal vorschlagen Und zwar Auf Stärke Weil Schaden bräuchten die auch wieder Und dann speichern wir Ich trenne jetzt auch mal hier lang Wie können wir diese Dinger hier aufmachen Ist hier irgendwo was Spezielles So Scheißvieh Du bist ja tot Ja So 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 Die Das jetzt Aus Positive Frage Aufwertung Ja Ein neues Schwert Ein neues Schwert Wir haben Wir haben die Fäulnis Großachs Großachs Nein Ich sehe auch so ein scheiß Schwert Das können wir nicht verwenden Ich mach mal alle Zellen auf Um alles raus zu kriegen Was noch da ist Aber die Sachen können wir gebrauchen So Hier wäre natürlich nichts drin Gut Diese Zellen haben wir alle offen Du willst Dass ich deine Zelle aufsperre Lass mich ran Du willst Dass ich deine Zellentür aufmache Und mich dann tötet Es ist nicht schwer Findet nur den Hebel in der Nähe Zieht ihn Befreit mich von meinem Elend Die Stöten Mein Fleisch ist befleckt Ich wandle mich in eine dieser Kreaturen Tötet mich bevor es zu spät ist Das klingt ja recht einfach Ich trau dem nicht so direkt Ich nehm lieber mal Der Griff fehlt Mach so nen Scheiß nie wieder Du elende Kreatur Mach nie wieder so nen Scheiß Da kriegt man ja Angstzustände Entweder ist dieser Level so extrem groß Gestern haben sie einen anderen Mann hierher gerührt Er hatte Pläne gegen Antanas geschmiedet Verflucht seien er und seine Familie Ich kann hier mit Mördern und Dieben sitzen Aber ich hasse diese politischen Ränke Immer diese Menschen Schäde Vor der Gefangenschaft wird jeder Verbrecher Gebrandmarkt Die Tätowierung auf seinem Gesicht lässt Alle von seinen Sünden wissen Selbst wenn jemand aus dem Gefängnis entkommt Kann er seinem eigenen Gesicht nicht entkommen Hier bekommen wir keinen Besuch Oben ist auch nix Okay Hm Hier drüben Schst Ihr werdet es aufwecken Lasst mich hier raus Der Wärterschlüssel ist direkt hinter euch Nein Wenn ihr seine Tür öffnet Weckt das Geräusch die Bestie in meiner Zelle Was ist überhaupt hier los Was ist hier los Wir sitzen beide wegen ihm in diesem Gefängnis Er ist der Mörder Versucht aber ständig mir die Schuld zu geben Das tue ich weil eben du der Mörder bist Ja vielleicht nehme ich euch beide raus Warum lasse ich euch nicht einfach beide frei Das Türgeräusch wird die Bestien hinter uns aufwecken Nur einer von uns beiden kommt hier lebend raus Nämlich der dessen Zellentür offen ist Ich muss weiter So ich guck mal kurz Was ich hier machen kann Den Zellenschlüssel So wen habe ich jetzt rausgelassen Du alter Sack komm her Ist der einfach abgehauen Diese miese Ratte Och nö Ich hätte da niemals rausgehen dürfen Elende Kräte So da habe ich alles Hier ist noch ein Hebel Ich würde mich jetzt nicht aufwärtsen Ich würde mich jetzt aufwärtsen Ich würde mich dann nachwärtsen du scheißvieh wo geht es hier runter nicht dass wir es hier wieder bei dem gleichen vier auskommen bei der gleichen stelle ich speichere lieber mal weil wir müssen ja jetzt auf beiden seiten diese schlösser öffnen aus welchem grund ich gehe einfach mal hierhin so auch mal ein kleines figürchen mit der abgelenkt dieser typ und zack und schon wieder tot das ging ja unerwartet schnell dieser hebel ist schon unten das ist gut so dann waren wir jetzt hier falsch ich gehe mal hoch alter ehrlich ich weiß manchmal erst nicht wo ich hin muss und da sind wir ja gekommen ja 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 Scheiß Vieh Ich hab gedacht, du wärst tot Das ist ja ein Hebel Oh 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 ne Irgendwie das Gefühl, das hätte ich nicht tun sollen Der Hebelgriff Ich öffne die letzten Zellen noch Und danach gehen wir runter Diese Bestie scheint eher Instinkt zu haben als Verstand Sie will nur töten Vor ein paar Wochen fand ich einen Hammer Den sie zu fürchten scheint Die Waffe muss von einer Macht Erfüllt sein, die ich nicht verstehe Wenn solch eine Bestie sie fürchtet Habe ich jeden Grund, sie ebenfalls zu fürchten Zelle 11 Sollte ein sicherer Verwahrungsort sein So, hier können wir wieder Runen Versiegeln Ich weiß nicht, ob ich das machen soll Komm, probieren wir es mal Ja Große Runen haben wir jetzt noch keine So Worauf können wir denn erst die Runen setzen? Wir haben keine Waffe, die wir jetzt verwenden wollen Oder können Diese hier hat jetzt noch nichts Angriffskraft wäre nie schlecht Wurde mir ist jetzt die Frage Wenn ich jetzt noch eine drauf setze Ob dann alles verschwindet Hier haben wir jetzt was anliegen Das Ding Wenn ich jetzt da sage Was nehmen wir denn da? Physischer Schaden Wir nehmen den physischen Schaden so Darauf Hierauf Haben wir nichts, was wir geben können Unsere Rüstung hier Ist eine niedrige Rune Schaden plus 2 Schaden plus 3 Komm, das machen wir auch mal Das Ding da Nehmen wir jetzt mal nicht mit, oder? Ach komm, los So Wie viele Erfahrungen haben wir jetzt? 1242, die wir wieder aufgeben können Nein, da springe ich jetzt nicht durch Alter Bleib, wo du bist Ich gehe jetzt wieder hier durch Und dann muss ich nochmal zu dem Typen So Du bist fällig Wenn du dahin rindst Kann ich nichts tun, ne? Ich gehe jetzt mal so und du bist tot freundchen ich gehe jetzt mal hin und mache hier dann die gesamte erfahrung auf auf tribut punkte ich erhöhe erst mal meinen schaden auf 66 damit ich etwas mehr chancen haben weil ich glaube das wird so heftig so wir haben wieder gespeichert und ich glaube wir werden jetzt ganz rum ich bin jetzt nur mein oh shit die verborgenen versiegelten bereiche der katakomben könnten mehr schreckliche dinge bergen als uns bewusst einer der er hat viele unserer soldaten getötet bevor sie die gefahr auch nur bemerkt bisher wissen wir nur dass unser zorn auf irgendeine weise nicht lasst uns gleiches mit seinem tun diese fiescher hier sind auch echt ätzend ich mich so ansehe was die mit einem machen wenn die nicht sterben du stehst du erst wieder garantiert auf so da steht keiner auf hier steht einer auf so der ist auch tot hier ist irgendwo der hebel so ich spüre wie mich mein augenlicht verlässt so den arten haben wir es abgeschlachtet da wir einen zauberpunkt splitter bekommen jetzt suchen wir die stelle wo wir runter können ich habe dich so einen neuen schutzschild der natürlich nicht so gut ist wie unserer deswegen bleiben wir mal bei dem hier könnten wir doch runter gehen andere frage wie kommen wir da rein irgendwo ein hebel aber ich sehe nicht wo ich sehe nicht wo komm du stehst du jetzt wieder garantiert auf da ist nichts da ist nichts auch nicht hier hinten ging es doch runter nein da ging es raus so war es irgendwo geht es doch runter hier war hier noch dieser fette typ oder nein den haben wir schon abgeschlachtet so ich gehe dann hin und setze mir die ganzen attribut punkte wieder drauf und da hatten wir auch noch einen nein nicht da hier äh einen magie punkt splitter bekommen den wir natürlich nicht vergeben können soweit ich das weiß nein ok deswegen speichern wir jetzt dass wir alles voll haben und ich glaube dann geht der endkampf los Alter ich hab Schiss ich hab keine Lust gegen das Ding zu kämpfen so